Ich hätte gerne eine doppelte Portion Pommes Frites mit Mayonnaise, mit Mayonnaise sehr gut, ja. So, bitteschön. Danke. Hm, lecker, lecker. Ja, das wirkt mal mein. Die Leute kommen ja nicht umsonst von weit her zu mir an der Pommes Frites. Hm, die sind aber auch wirklich lecker. Hm, schon aufgegessen. Geben Sie mir das Hähnchen. So, das macht 699 Euro. Und 14 Cent. Och, das ist günstig. Ja, die Preise sind gefallen. Och, das ist ja ein Ding. Ach, wissen Sie, weiter nehme ich noch eine Pommes Frites. Da tun Sie auch gut dran. Denn morgen werden die Preise wahrscheinlich wieder steigen. Ach, das ist ja ein Ding. Apropos steigen. Gibt es hier ein Geschäft, wo man eventuell Drachen kaufen kann? Nicht, dass ich wüsste. Aber kommen Sie zu mir nach Hause, da können Sie einen auch direkt mitnehmen. Das ist ja ein Ding. Hahahaha. Diesen frauenfeindlichen Witz. Möchte ich euch verlassen. Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank.